Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void ReplayCast. Weiter geht's mit ZVT, dieses mal auf Central Protocol. Wir haben hier in rot den Zerg vom Team Liquid, es ist Snoot, der hier mit 1 zu 0 führt gegen den blauen Terraner vom Team Root Gaming, es ist Kelasur. Spiel Nummer 2, die beiden hier Cross-Position gespawnt, heißt lange Distanz zwischen beiden. Greedys spielen ist möglich, aber möchte man auf dieser Karte auch nicht unbedingt riskieren. Dritte Basis ist auf dieser Map verdammt, verdammt schwierig zu nehmen, weil sie einfach sparangelweit offen steht, in jede Richtung. Das gilt für beide Spieler. Potenziale Tritte, die man eben nehmen kann, gerade für Snoot jetzt hier, nach oben expandieren, hat man eben hier eine große Fläche, wo einfach der Gegner reinrennen kann. Man ist hier groß angreifbar und der Gegner kann sich entscheiden, renne ich jetzt in die Dritte oder renne ich in die Main. Das sind die Natural. Das sind die Rocks immer noch hier, das ist der alte Patchstand, im Neuen sind die inzwischen weg. Die hat Blizzard geschlossen, weil sie gesagt haben, das hat so keinen Wert. Alternativ Dritte, gleiche Situation eigentlich. Man kann hier groß reinrennen, hat hier nochmal einen zweiten Eingang, den man sich dafür aufmachen kann. Man muss fast, wenn man die Dritte hier unten nimmt, diese Rocks hier aufmachen, weil man ansonsten viel zu lange braucht aus der Mainbase, einmal raus und runter wird's. Ja, wir haben hier auch schon für Kalasur den Doppel Reaper anstatt, den Triple Reaper. Da kommen hier drei Racks Reaper auf Central Protocol. Natürlich, die Karte hat verdammt viele Kanten, wo man hoch und runter springen kann mit Reapern. Man ist eben schnell drüben. Kalasur spielt hier die Map, hatte ich ja auch schon im letzten Spiel versucht, auf Urena. Da hat das nicht ganz so funktioniert. Mal sehen, ob es dieses Mal ihn besser bekommt auf Central Protocol. Mass Reaper kann funktionieren, aber Snoot hier wieder mal mit dem schnellen Roadschorren. Damit sollte er eigentlich doch relativ sicher sein, hat hier ein paar Linge dran. Erst Reaper kommt jetzt hier rein, er sieht die ersten vier Circling, es sind noch keine Queens da. Es wurde aber noch nicht der Roadschorren hier gescoutet von Kalasur. Momentan ARD einfach rum mit dem Reaper versucht hier, so viel Schaden wie möglich zu machen, muss hier aber nochmal raus. Queen hier nimmt ein bisschen Schaden. Der wird eben gleich unterstützt von ein paar Kollegen. Snoot sieht jetzt eben auch, dass hier mehr Reaper mit dazukommen. Steigen die Anzahl an Reaper hier, drei werden parallel produziert. Vier sind bereits auf dem Feld ab, die Brot eben eine Weile über diese lange Distanz der Karte sich zu einem Haufen zusammen zu sammeln. Reaper tankt jetzt hier den Schaden von einer Queen, macht ja aber auch ein ganzes Stück Schaden bereits. Jetzt hier sind viele Roaches mit da und die Reaper gegen Roaches, das ist ein verdammt unfairer Kampf. Snoot wartet jetzt hier auch schon oben an der Rampe, dass die Reaper hier hochspringen. Nein, stattdessen nutzen die jetzt hier die Rampe zur Natural und wollen ja auch wieder rauskommen. Da sogar, das sieht so aus, als ob das hier zum Weltraum gehören hört, aber nein, das ist noch Karte. Ein Reaper trotzdem hier gefallen. Kalasur hat noch nicht wirklich viel Schaden genommen. Im Gegenteil, er hat einen Reaper verloren, aber noch nichts gekillt soweit, was nicht sonderlich schön ist hier für ihn. Er baut auch fleißig weiter Reaper, aber gegen Roaches ist das einfach verdammt, verdammt schwierig. Da kommt sofort wieder in die Mine, in der Hoffnung, dass die Roaches da doch mal ein bisschen mehr Schaden nehmen. Ravage ist jetzt hier mit dabei und es tut und möchte hier wohl auf zwei Basen noch einen kleinen Push ansetzen. Mit seinem Roach-Ravager, das er jetzt hier gebaut hat. Sobald er eben die Reaper gecleared hat, kann er gemütlich rüberlaufen. Da kommt jetzt ein Cross-A-Ball, da wird gerade so ausgewichen und Kalasur versucht jetzt hier diesen Ravager zu jagen. Der Queen geht jetzt nochmal ein bisschen an die Roach, wird hier in der Gegend rumgeworfen. Reaper-Count ist inzwischen richtig ordentlich mit neun Stück, also mit Speedlingern macht man da nicht mehr viel. Allerdings eben Roach-Ravager ist hier da fürs Tut. Da fliegen weitere Linien auf die Roaches. Okay, so kratzt eben doch nach und nach die Seite jetzt an. Reaper ist, sind alle noch irgendwie am Leben geworden, hier rausgezogen. Wir sind, da waren voller Reaper, da wird eine noch mal rausgesniped, auch ein zweiter und dritter Reaper starben hier. Da kommt sogar ein Suzie von Snoot, der hat seine Queens mit dabei, baut hier weitere Roaches. Hat jetzt ein Roach-Count nochmal ordentlich hochgeschoben, wenn das ein Kalasur dahinter baut. Nochmal Doppel-CC, will also hier damit die Transition machen. Ja, jetzt fressen die, glaube ich, doch ziemlich was an Schaden. Ja, Reaper-Count hier immer noch gut dabei. Mit aktuell hier, was denn, das neue Reaper am Start. Mit gegen die Roaches und Ravage, aber der Roach-Count ist inzwischen auch immer mehr. Und die Minen, man muss eben vorsichtig sein, die können eben auch die Roaches nach vorne werfen. Dann ist die Distanz plötzlich nicht mehr da zwischen Reaper und Roaches und da können die Roaches fröhlich feuern. Weiter, Reaper geht hier down. Und Kalasur hat hier noch nicht eine Unit von Snoot getötet. Das Unit Lost-Tap ist 0 zu 500 und Kalasur versucht hier aggressiv zu sein, aber verliert hier einfach. Nur die Drone hier, die hätte vielleicht abfangen können, aber nein, die zieht Snoot hier rechtzeitig zurück. Da geht es jetzt nochmal an einen Ravager. Nein, der überlebt hier auch noch gerade so. Da war gerade die Vision da. 9 HP hat dieser eine Ravager noch. Kalasur Tencil hier weiter rum. Reaper-Produktion wurde inzwischen eingeschätzt. Er ist dann geht es jetzt hier an SCVs, aber die Reaper sind eben auch defensiv. Gar nicht so sinnvoll momentan. Queen nimmt hier ein bisschen viel Schaden und Kalasur evakuiert ein weiteres Mal. Natürlich Reaper regenerieren sich, aber er hat eben hier schon 6 Reaper verloren, ohne irgendwas zu töten. Auch Snoot musste überhaupt keine Gebäude bauen und canceln. Die Drone jetzt hier kann gefunden werden. Das heißt, die Drone wird von Zug noch eine Weile warten müssen. Mal lieber, dafür laufen einmal die Rampe hoch ins Feuer der Roaches und Ravager. Nehmen sofort wieder einen raus. Damit hat die Kalasur Tazim mal den ersten Kill gemacht, aber hier, zweite Drone wird bereits hochgezogen. Die beiden hier sind nicht glücklich, wie es momentan mit diesem Spiel läuft. Beide hier mit der Pause. Aber ja, man sieht, Reaper fräsen sich einfach nur durch Länge durch. Die haben auch keinen Speed. Jetzt kommen hier die Roach and Ravager mit dazu. Da kommen viele Miner und macht hier einiges an Schaden. Trotzdem Kalasur muss hier ein weiteres Mal evakuieren. Da kann ich nach wie vor nicht direkt draufhalten. Das wäre einfach nur Suizid. Er hat einfach sein Army-Supply besteht und immer noch Kuschel ist aus Reaper. Jetzt kommen hier Marines mit dazu. Stim und Combat, wie wir gerade erforschen. Die Factory kommt jetzt erst bei 6 Minuten, 6 kann jetzt Kalasur endlich mal weiter attacken. Er hat einiges an Gas und jetzt hier geht es noch mal auf die dritte Rage. Die ist noch im Bau. Die wird es ja auch viel Schaden nehmen. Wird ja auch gecancelt. Jetzt nur die reißt die ab. Er sagt, das hat so kein Wert. Die kann ich so nicht halten. Ravager wagen es jetzt hier weit raus von Ravager. Und noch ein ganzer Haufen Roaches mit dabei. Und es nur jetzt hier hat seine zwei Bars. Möchte natürlich seine dritte nehmen. Jagd jetzt hier ein bisschen die Reaper. Man muss eben vorsichtig sein, wenn die Army hier out of position ist. Die springen die Reaper gar nicht mal eben in die Mainbase und können da richtig viel Chaos verursachen. Für Snud kommt eben jetzt auch erst die Doppel-Rusion-Tamper. Bei den Nutzen hier Gas hier sehr, sehr spät. Für weiteren Tag war einfach die Reaper eine solche Bedrohung fürs Nutzen, dass er seine Einheiten parat haben muss. Da sind jetzt hier auch mehr Queens mit dabei. Ein dritter Hedge wird ein weiteres Mal hier gesetzt von Snud. Einsens Upgrades kommen für ihn. Im Moment ist ein Star-Port kommt hier für den Terran oder Kalasur. Hat er immer noch 10 Reaper am Start. Und bleibt hier auch hart dran mit der Economy am SIRG. Da geht es wieder auf die dritte Hedge. Nehmt hier auch richtig viel Schaden. Wird hier ordentlich bereits runtergebombt. Aber die Lerwager kommt zur Unterstützung. Da kommt jetzt hier Klosseffice. Da wird eigentlich ausgewichen. Die Cancel ist da, Snud. Du musst ein weiteres Mal seine dritte Basis abbrechen. Kann also jetzt hier die Reaper mehr ab mehr vertreiben. Wir haben auch nochmals um zwei abgenommen. Ja, jetzt hier wird zum ersten Mal ein Trupp rausgeschickt, um die Reaper zu jagen. Nochmal ein weiterer Reaper fällt hier. Da mit dem Team Reaper hat es hier Kalasur nicht mehr ganz einfach Snud. Geht in den Nidoswurm. Und Kalasur findet hier gerade mal noch ein Ravager mit seinen Reaper. Eigentlich jetzt hier ist ein bisschen in die Mangel. Das wirft hier nochmal Minen um zu entkommen. Das funktioniert hier auch gut. Aber eben der Nidoswurm hier gerade von uns tut. Er hat eben einen großen Batzen an Roach Ravager. Und eben auch einen Overlauten-Position für diesen Nidos. Kann natürlich nicht gecancelt werden. Tarana hat noch nicht wirklich Splash-Damage gegen Roach Ravager, um da vernünftig defenden zu können. Da gibt es noch den Nidoswurm und die Reaper springen rein. Killen hier vielleicht nicht mal eine Ravage hier. Kommt nochmal weg. Ist gut mit grandiosen Micromosomen und sagen. Er hat genau im Auge, wie viel Resht-HP gerade seine Units noch haben. Und jetzt hier kommt der Nidoswurm Reaper. Sammelt sich gerade am Watchtower. Tja und jetzt ist bei Kalasur hier Panikmoment angesagt. Der baut jetzt hier Ebace, um den Nidoswurm komplett einzusparen, dass sie nicht zu viele Units rausbohren können. Ist natürlich auch ein Plan. Ebace haben guter sein AP. Und jetzt hier der Nidoswurm ist da. Da kommen noch ein paar Künstler, da kommt noch ein Zusatz. Eins muss sofort wieder einladen. Da ist einfach nicht genug, um seine Units alle rauszudrücken. Und gut, der erste Defense hier vom Nidos von Kalasur. Das hat er hier verdammt elegant gemacht. Sollte er jetzt hier seine Ebace wieder canceln. Kalasur. Nope. Ist ihm gerade nicht so wichtig, weil stattdessen die AP hier gerade an der dritten sind, versuche ich noch ein paar Drones mitzunehmen. Hat jetzt hier doch ein paar überflüssige Ebace gebaut. Naja. Irgendwann weiß er, dass er dann den Rest des Spiels Missile Turrets bauen kann. Denn er hat momentan 2.6 Ebace rumstehen. Ist auch mal schön. Das heißt, er könnte exämtliche Forschungen der Ebace direkt anwerfen. Auch das Building Armor, die höhere Range für Missile Turrets, das Bunker Upgrade, könnte man alles parallel jetzt hier anwerfen gerade, um das Geld dafür hätte. Das ist, glaube ich, nicht keiner so's Plan. Er unterstützt jetzt hier seine Reaper mit weiterem Bio, mit Medivax, wenn das nicht drüben ist, ein Doppeldrop. Der nimmt sich gerade ein Oberlohr raus. Und so, der hat jetzt hier seine dritte Basis. Aber es tut sich in der Economy nicht so gut da. Der Nidos hat eben nicht funktioniert. Und das wird es nur noch ein Stück weit zurück. Und Roger Ever-Jay ist einfach nicht die Killer-Army gegen Bio. Bio kann da ziemlich viel anrichten. Man sieht, es fehlt die Anti-Air. Die Medivax können fröhlich hin und her boosten. Kalasur nutzt diese zwei Medivax gerade auch nur als Ablenkung in der Mainbase, um auf die dritte zu gehen. Da ist es auch ein großer Haufen an Roachers. Wir werden nochmal gut von Mealing getroffen. Kalasur lädt hier trotzdem aus in der Mainbase. Hat es versucht. Allerdings, ohne Erfolgstum, hat sich hier seine Einheiten gut gesplittet. Da kommt nochmal der Boost-Deck von Kalasur. Er bleibt im Supply weiterhin hart dran. In der Economy ist er auch ziemlich gut mit dabei. Hat den besseren Work-Account als der Serk zum aktuellen Zeitpunkt. Und nimmt jetzt hier seine eigene Dritte. Damit wird das Taraner Supply doch nochmal ziemlich nach oben schießen. So könnte man noch einen Nidos bauen. Aber eben hier ist der Nidos sowieso schon gefangen. Das würde es genauso laufen wie schon beim ersten Versuch. Kalasur hält hier wirklich gute Gegend. Macht hier verdammt guten Job. Sloot hingegen hat weiter hochgetaggt. Holt sich gerade Pathogen Glance und die ersten Infestoren. Da sollen dann die Fungles setzen. Fungle Corrosive Pile ist eine richtig, richtig mächtige Kombo. Das sind auch einige Queensen haben wir von dieser Komposition. Sieben Queensen gerade auf dem Feld. Eben für viel Creeps, für Notfalltransfusers. Allerdings, jetzt kommt hier ein Mega-Drop von Kalasur in die Mainbase. Und da ist kein Overlord in der Nähe, der das spoten könnte. Und da ist ein bisschen was an Units. Aber das reicht nicht gegen diesen ganzen Medi-Werks. Da ist noch ein Panzer-Mitarbeiter, der ist nicht mal gesiegt. Da kommt bei Corrosive Pile, der wird ausgewichten Stim, um die ganze Einheiten-Truppe hier zu vernichten. Da ist ein Infestor, der wird gesniped hier, bevor er seinen Funkel setzen kann. Panzer wird jetzt hier aufgeklappt in den Siege-Modus. Und jetzt kommt hier ein großer Schwein-Bowdschluss nach. Das kann hier Snoot vielleicht sogar halten, aber er wird viele Flusschen davontragen. Jetzt kommt hier nochmal der Lauter-In von Kalasur und der Bluse-Deck. Und der Funkel sitzt hier auf zwei leeren Medi-Werks. Die kriegt hier Snoot gerade noch. Nein, kriegt sie ja nicht, weil er daneben setzt. Währenddessen hier oben, zweite Truppe mit ein paar Medi-Werks. Zwei Panzer hier gerade auf die dritte. Und Kalasur einfach rechtsklickt hier gerade die Hedge. Da hat sie eine ganze Einheit einfach nur auf die Hedge drauf. Der Panzer wird ausgeladen auf dem Laubert, wenn das in die drüben gab es einen Fight mit der Queen, die Queen hält da ihren Kronen und Boden ganz alleine. Und die Rogers unterstützen hier, haben die Panzer rausgenommen. Das war vielleicht ein bisschen gefällt von Kalasur-1, der versucht zu ein weiteres Mal in die Member ist. Da ist der Infestor nochmal hart angeschlagen, aber es reicht hier gerade nicht für Kalasur-Karnier. Nach wie vorhin nicht durchdrücken. Da ist nochmal ein Infestunterdreck, kommt der Anfang. Nein, Snoot traut sich, dass ihr nicht, wenn das nicht drüben der Zweite von Kalasur nimmt, jetzt hier nochmal zwei Queens raus. Das Snoot ist hier kurz von Max Out, Eingst eben mit Road Saverger Infestor-Unterstützung. Die Infestoren-Anzahl ist nicht so groß, ist nur zwei Infestoren. Jetzt kommt ihr noch ein dritter mit dazu. Und das sind Kalasur-2, zwei Upgrades für ihn auf dem Weg. Erst ein Upgrades gutes Stück hinten, muss man sagen. Wenn das sind, sind Dropnoten, wird gefangelt, gefunden und ausradiert. Du hast die Krose-Falls. Snoot mit den schnellen Reaktionen. Ja, zwei Zeit braucht es einen Terran noch lange. Das ist sehr, sehr spät eigentlich, das 2-2 Upgrade. 1-1 hat er schon zu einem vernünftigen Zeitpunkt noch gehabt, aber zwei Zeit lässt hier ewig auf sich warten. Panzer ist jetzt hier noch nicht ein Sieg, ich muss jetzt kommen die Deutschen Vorwärts, aber jetzt gibt es hier ins Gesicht von den Panzerschotts. Ein Marine hat hier nochmal die Armee gefunden. Da ist nach wie vor nicht viel an Infestoren mit dabei. Jetzt kommen hier nochmal an Infestoren nach. Hier fürs Snoot, er ist kurz vor dem Max Out, stellt sich hier sehr, sehr weit auf. Möchtet ihr den Terran einfach rüberlaufen. Mal sehen, ob das für den Acerky reicht. Da kommt der Stim auf die Wall, die Maik und die 10 nach hinten. Die Panzer teilen viele Kellen aus. Jetzt kommt die Close-Falls auf die Medix-Madex komplett rausgenommen. Bis eben auf zwei Stück. Und eins wird da noch panisch genutzt, um ein Panzer zu merken. Aber es tut er einfach mit der Masse. Rollt hier komplett über die Terran-Armee drüber. Schießt mal kurz die dritte. Und jetzt soll es jetzt in die Natural gehen, in Richtung Production. Panzer darf man machen. Guten Job machen, ziemlich viel Schaden. Tut verliert da doch einiges Einheiten. Aber er hat den Wechsel gegen den Terraner mit knapp 100 Sekunden. Keller, so hat jede Menge Geld, aber irgendwie nicht die Production, um das Geld vernünftig wegzuproduzieren. Könnt ihr vermutlich immer so klein noch wesentlich, wesentlich höher sein. SCV-Sorten aus der Natural evakuiert. Wie vielfach Ebay bringt ihm jetzt hier auch nichts. Die SCVs hier fahren Richtung Investoren. Lustigerweise in Richtung vierte Basis, die Keller so bereits gesetzt hat, nämlich hier unten. Heißt, er hat eine verdammt, verdammt starke Economy, aber einfach nichts zum Produzieren. Dem fehlt es komplett an Army Supply Institute. Hat damit einen entscheidenden Vorteil. Und wenn man fangt, auch viele SCVs generell. Der SCV-Count wird jetzt gerade hier komplett radikal runtergemäht. Runter auf 33 SCVs. Er ist noch ein kleiner Biotrope mit Panzer, mit Medivax. Aber Keller, so das sieht ziemlich düste für ihn aus in diesem Spiel. Die PF soll jetzt hier hart counter-repairt werden. Das war doch richtig viel Geld, aber da kommt der Fokus von Snut auf die SCVs, wenn der Biotrope von hinten versucht, die Rogers Ravager und Investoren sich zu stoppen. Aber die Bio ist einfach nicht so viel. Die Position hier auch nicht sonderlich gut für Keller, so und er wird einfach hier komplett aufgerieben. Snut hier maxed out gegen 50 Supply Serana. Und somit sichert sich Snut hier bereits das zweite Match, die zweite Map. Führt damit mit 2 zu 0 gegen Keller. So, mal sehen, kann er es jetzt hier noch rumdrehen. Es ist ein Best of Five. Es kommt eben jetzt noch mindestens eine Map. Und ich hoffe, Keller, so kann er nochmal gegenhalten. Seine Ansätze sind nicht schlecht. Aber am Ende hat Snut irgendwie immer zu viele Roaches. So war das bisher die ersten beiden Games jetzt hier. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es merkt, du bist ein Replaycast. Macht's gut und ciao. Ja, vielen Dank fürs Zusehen.